Der Runde muss er zeigen. Seen und sicher. Keine Seelhunde. Der hat eine Unterschied zwischen Seelhunde und Seelhunde. Ich denke, dass wir auch noch etwas sagen können. Seelhunde aus seinem Ohr. Hier. Und zwar nicht. Er ist uns gleich zum Kopf. Das ist mit dem Ohr. Okay? Hier haben wir die Seelhunde nicht. Die Seelhunde, die stimmen mit dem Ohr. Die Seelhunde, die Strukturen, der hat keinen umgebeten. Gucken Sie wirklich. Der Erste, der hat einen sehr, sehr viel zu einem ECHO aus. Der neue Strukturen, die Sie noch verbessern können, die sie auch auf den Wögel ab. Und zwar nicht noch meine Eichung. Das ist der eineagerie PhD, zu einem ECHO von DAS. Das ist die Strukturen. Drei, hier, hier. Die Strukturen, die wir haben, die Strukturen nicht mit einer Skywalker-Einkler competen für eine andere Stelle. Das ist die Strukturen, die Sie sich dann zum Kopf festgelegt. Vielen Dank. Und das dann ist unsere Nähe, die wir in unserer Fl Whisperon oversetzen, der ist in der Fläche eine der Fläche, eine dieser Wissenschaft und die Fläche. So warte ich mir sehen. Applaus Also, Schottelharder. Schottelharder. Zei das mal, eine bestimmte Bilanzwerte, die wir auch hier sind. Richtig. Und warte ist sie auf die Runde. Es ist sie auf die Runde, die Sie mit院 hören können. Ich bin das Schweizer lastig. Wunderbar, ich bin das Schuss. Ich bin der Beste. Es ist gern und es berechtigt, dass es nicht immer so war, weil ich auch nicht besser und nicht mehr so war. Du hast für die Runde schon gesagtet, aber wir haben uns ja auch die Runde, also auch die Runde. Ich kann sagen, die Fischung der Leur ist, dass die Fischung der Leur ist. Dann finden Sie noch mal auf den Hörschluss-Groß-Groß. Ich kann natürlich nicht mehr auf die Hörschluss-Groß-Groß. Ich kann das nicht weiterleiten. So, wenn Sie noch nichts an, wenn Sie noch nicht mehr auf die Hörschluss-Groß, wenn Sie nicht, kommen Sie noch nicht mehr auf die Hörschluss-Groß. Dann können Sie das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020